Hallo Leute, ich bin Luis, wir kennen uns noch nicht. Ich habe in meinem Leben auch noch nicht viel gesehen, aber das wird sich sicherlich bald ändern. Ich bin gerade bei meinem neuen Mensch Tommy eingezogen. Kommt mit, ich zeige euch meine neue Welt, aber ich schnüffel mal hier noch so ein bisschen rum. So Leute, da sind wir nun in diesem, ja was ist das, großes Wohnzimmer mit dem, naja, komischen grünen Teppich. Ja, ich schaue mich mal ein bisschen um, ne, das, ja, lustig ist zum Schnüffeln, so Blumen, glaube ich. Ah ja, das ist der Tommy, aber das interessiert mich jetzt nicht. Ich gehe mal lieber weg. Gucken, was da hinten ist. Ja, naja, alles. Ah, das darf ich nicht knabbern, hat Tommy gesagt. Ja. Alles so vertrocknet hier. Ja. Ob sich das noch ändert? Keine Ahnung. Ja, naja, was guckt der denn so? Will der was? Ne, ich glaube nicht. Ja, ich gehe mal weg. Ne, der guckt hier immer noch so. Ja, vielleicht gucke ich doch mal hin. Ne, ich gucke mal da. Ah, geil, Spiel. Yay. Ah, das ist ja meine Beute, die habe ich gefangen. Guck mal, ja, die kann ich rumschleckern. Ja, das ist nur meine, meine. Ja, ja, geil. Ah, jetzt habe ich mich ausgetobt. Jetzt gucke ich mal wieder ein bisschen rum. Ne, ja, der Tommy hat ja komisch, was der da macht. Ja, weiß nicht. Ich gehe mal da. Ja, sie steht immer am Weg. Ja, ich muss ja doch rum. Ne, gehe mal weg. Hm, naja. Wie war diese Männchen? Komisch. Na ja, ich lasse mich nicht ablenken. Ah, guck mal, was ist das? Hm, ein bisschen zu knabbern. Ein Stückchen. Ein kleines Stückchen. Ein bisschen zu klein. Da kann ich nichts damit anfangen. Ein bisschen drauf rumkauen, aber ne, schmeckt nicht. Steinchen? Ne, ein Stückchen. Ja, so viele Stückchen jeweil. Vertrocknet. Na ja, schmeckt auch nicht. Naja, das hatte ich schon. Ja, nochmal probieren, ob es schmeckt. Ne, ne, ist nicht besser geworden. Das ist lieber mal. Ja, nochmal probieren. Ne, ja, vielleicht wird es ja besser. Ich weiß nicht. Ich probiere mal was anderes. Ja, guckt schon wieder so. Na ja. Na, da hat er wohl doch was für mich. Na, muss ich doch mal gucken. Ne? Ich renne mal rüber. Ei, na, hast du was? Oh, Blatt. Ne, kann ich mal probieren. Das probiere ich jetzt mal. Aber rüttendrüben in Ruhe. Na ja, Leute, ich würde mal sagen, ich knabber noch ein bisschen an meinem Blatt rum und werde noch ein bisschen spielen. Euch wünsche ich noch viel Spaß hier auf YouTube. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ruhig ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ja, bis dann, ne? Tschüssi! Ja, bis dann, ne?